Minecraft, aber das Void steigt an. Okay, wir sind in einer Village gelandet. Und in einer Minute fängt's an. Ich bin hier eingesperrt in einer 250x250 Welt. Ah, viel zu viel Essen, ich brauch aber Sachen. Ich brauch ganz dringend Bäume. So, Steinspitzhacke. Okay, 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 was machen wir jetzt? Ich versuch nur ganz nach oben zu kommen. Ich brauch alle Bäume. Nein, Bob, ich tu hier nichts. Ich renovier hier nur. Ich glaub, ich brauch ne Eisenachst. Schnell weg mit dem. Es tut mir leid, Bob. Vier Eisen, okay, los. Okay, hiermit sollte das schneller gehen. Die Creeper sind da. Es ist hell, warum seid ihr hier? Ich mach die ganzen Häuser kaputt. Okay, gehen wir auf den höchsten Punkt. Dieser Baum da. Selbst die Schafe haben sich hier hochgerettet. Wir sehen die ganze Welt. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Saved. Schnell wieder hoch. Ihr habt euch bestimmt gedacht, warum baut er ne Treppe? Ja, okay, GG, geschafft.